Was? Was? Du blöder Wichser. Alter, du blöder Wichser. Du blöder Wichser. Oh, wo kommst du denn her? Ich muss hier vorbei, ich muss hier vorbei. Guten Hunger Lizzy, danke für den Viewbot. Machs gut. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. So, wir haben einen Schlüssel. Ein Karo-Schlüssel. Das ist sehr gut. Karo-Türen. Karo-Türen hab ich doch gesehen. Da ist gleich eine Karo-Tür. Das ist Schießstand. Das heißt, wir gehen hier raus. Rechts und dann wieder rechts. Okay. War hier der Schießstand? Ja, hier war der Schießstand. Hä? Was ist denn mit Euch? Was ist denn mit Euch, Alter? Warum? Wo kommt Ihr denn jetzt wieder her? Äh, die haben die Tür aufgemacht. Die Dicken halten wieder so viel aus. Das ist schlimm. So, rotes Kraut auf jeden Fall mitnehmen. Warten, sonst gibt's hier nix? Gibt's ein rotes Kraut? Ah, ne. Film. Ah, ein nicht entwickelter Film. Film spinnt in 3F. Ein nicht entwickelter Film, darauf steht, spinnt in 3F. Ah, okay, okay, okay. Weil ich das untersuchen kriegt, auch mehr Infos zu? Ne. Autoschlüssel. Ah. Die Spitze ist verbogen. Ah, das könnte ich mal in der Garage machen, ne? In der Tiefgarage. Nein. Äh, da ist wieder... ...jemand. Der Dicke! Natürlich der Dicke! Natürlich kommt der Dicke wieder. Ist klar, dass der Aufschwung ist. Aber ich... Ich hab ja nicht gedacht, dass ihn das noch irgendwie stört. So, die Frau ist aber hinüber. Okay. So, dann müssen wir jetzt mal zu dem Auto... ...äh... ...7-4-3-9. 7-4-3-9. Ich weiß auch noch nicht, ob der Dicke jetzt über mir ist. Ich glaub, der... ...der stapft hier echt über mir lang gerade. Warte. Ist die Frage... ...das... ...das ist das Auto Nummer 911. 7-4-3-9. Hier sind wir doch. Gewehrschaft Mathilda. Spezialzubehör für die... ...für die Mathilda, mit denen die Waffe Dreiersalben verschießt. Okay. Hat doch Mathilda dabei. Boah! Geil. Oh, jetzt sind die zwei Plätze weg. Natürlich. Natürlich. Gott, wie das jetzt aussieht. Na gut, das war jetzt... ...das hat uns jetzt nicht wirklich sehr viel weitergebracht, aber immerhin ein bisschen. Ähm... Immer noch den Karo-Schlüssel. Das heißt, ich guck mal gerade, wo haben wir denn noch Karo-Türen? Das ist einfach nur eine verschlossene Tür. Haben wir im normalen Haus... ...Karo-Türen. Ich meine, hier wär irgendwo ein... Da! Karo-Tür. Für die Wäschekammer. Alles klar. Für die Wäschekammer. Das heißt, ich muss erstmal jetzt irgendwie wieder nach oben kommen. Äh, ne. Hier war... Hier ging es nicht nach oben, glaub ich. Ich hab hier null Orientierung. Null. Hier richtig? Kommen wir in die Leichenhalle. Da hinten war der. War er doch da hinten richtig? Ähm, 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 ähm. Ich kann sicherlich sehen. Doch, hier. Die Wäschekammer ist weg. Hier war auch der Safe Room, ne? Ja, 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 ja. Ah, ne. Der Eingang war auf der anderen Seite. Erstmal hier rein. So. Ähm. Den Film behalte ich. Das kann weg. Das haben wir aufgebraucht, den Schlüssel. Dann können wir den wegwerfen. Sehr gut. Ähm. Blendgranaten. Ja, ich behalte, ich behalte mal lieber die zwei. Ich hab noch rotes Kraut, rotes Kraut, blaues Kraut. Aber kein grünes Kraut. Wir haben noch einmal rot und grün. Und einmal grün und grün. Ich behalte das rote mal, falls wir noch ein grünes finden. Okay. Und nur noch einmal, just to be safe, nochmal saven. Zähler 14. Ach was, das ist ein Speicherslot-Zähler. Ach, das ist also, wie viel to save game das ist. Das ist ja nice. Das ist ja cool. Ja, ja, ja. Ähm. Wo war denn der... Da ist die Dunkelkammer. Das heißt, wir müssen einmal auf die andere Seite. Vielleicht geh ich aber wieder außen rum. Das hat sich das letzte Mal ganz gut, äh, etabliert quasi. Das ging ganz gut. Natürlich keine Ahnung, wo dieser dicke Schwarz wieder ist. Er war ja vorhin hier in diesem Zimmer, in diesem Raum. Ich meine, ich höre ihn auch stapfen. Aber ich sehe ihn noch nicht. Was natürlich nichts heißen muss. Was natürlich nichts heißen muss. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Ich gehe mal. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht da. Hier ist eine Sackgasse. Hier von hinten kann aber nichts kommen gerade. Scheiße. Jetzt kommt er auf mich zu. Scheiße. 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 Guck. Guck, oder. ist er hinüber. Nein, ist er natürlich nicht. Ach du Kacke. Ganz schön eklig, ja. Ich hab noch einen Schuss. War hier die Dunkelkammer? Nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? Scheiße. Ah hier, Locker Room Cap, genau das hab ich ja vorhin gemeint. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Äh, hallo. Hier, kriegst du eine Granate, bitteschön. Lass es dir schmecken. So, ich muss jetzt hier lang. Ah! Aua. Oh nein! Ich hab doch keine Munition! Ich hab doch keine Munition! Darf ich mal vorbei gerade? Danke. Dankeschön. War das hier richtig? Ja. Ich hab doch keine Munition. Ich mach mal Licht aus, damit ich hier besser entwickeln kann. DCM. Okay. DCM in 3F. Wo haben wir denn in 3F ein Tresor? Da, Kombinationsschloss. Das Problem ist nur, dass wir wahrscheinlich nicht da hinkommen. Weil wir keine Munition haben und der Typ da vor uns steht. Hier noch irgendwas drin? Einmal Schießpulver. Da haben wir noch, äh, 8 Schuss. Da haben wir nochmal Schießpulver. Das ist gut. Warte. Wir haben hier erstmal Schießpulver. Und Schießpulver. Ich würde die gerne, äh, hier entladen. Geht das nicht? Kann ich ja nicht irgendwie die Munition rausholen? Und Versuchen. Ich würde sehr gerne die Munition da rausholen. Okay, ähm. Jetzt haben wir da mit, da mit 8 Schuss und mit dem anderen 13 Schuss. Das wird uns viel helfen. Ich speichere mal eben hier. Hier sind die Treppen. Wir müssen eh nach oben. Das heißt, ich renne jetzt hier raus. Dann direkt geradezu die Treppen hoch. Okay, er scheint gerade nicht da zu sein. Das ist sehr beruhigend. 2F. Wir müssen auf 3F. Bitte bleib tot. Bitte bleib tot. Bitte bleib tot. So, was war das? Hat sich das einer gemerkt gerade? Ach, DCM. Ach, DCM. DCM. Danke. Danke, Kyra. Mac Munition. Was soll ich denn damit? Ich hab keine Mac. Toll. Das hat total gebracht. Das hat total gebracht. Da freu ich mich. So eine verschlossene Tür. Kacke. Da haben wir irgendwo noch Karo-Türen. Ach ja, genau. Die Wäschekammer. Ja, ja, ja. Die Wäschekammer. Das heißt, wir gehen nochmal einen runter. Und suchen dann mal die Wäschekammer. Bin ich eigentlich sehr am Arsch? Ich bin Warnung am Arsch. Ja, ich probier's nochmal. Ich möchte noch nichts Heilendes nehmen jetzt gerade. Das heißt, wir gehen jetzt hier durch den Duschraum. Und dann einmal den Flur lang. I can see clearly. Hier war aber ein Licker. Da ist er auch wieder. Scheiße. Okay, ich bin nicht gespotet. Ich kann aber auch mit der Tastatur halt nicht langsam gehen. Wie man's vielleicht mit dem Controller könnte. Aber ich glaub, wir sind vorbei. Wir sind vorbei. Okay. Schießpulver. Nehme ich mit. Ein tragbarer Tresor. Hatten wir jetzt in diesem tragbaren Tresor irgendwelche Infos? Tragbarer Tresor. Schließfachterminal. Ja, ja. Heilwirkung von Kräutern spinnt. Nee, das war der nicht, ne? Ein Knöppchen natürlich in der Info drücken war das, glaub ich. Ach ja, ach, da war gar kein Code, ne? Stimmt. Stimmt, das war... Stimmt. Ja, 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 genau, genau. Die letzten hast du in Sekunden geknackt. Ja, stimmt. So war das. So, das ist der. Ach so. Nein. Nein, hä? Jetzt hab ich die Reihenfolge verloren. War das nicht hier irgendein? Da, der war das. Ähm. Nein, jetzt geh ich immer einen zurück. Okay, es wird diesmal länger dauern als ein paar Sekunden. Gehen wir nochmal gerade mal... Okay. Das ist der. Der, der. Okay, also... Nee, nee. Nein. Der, der. Nein, der, der. Nein, der, der. Der. Was ist denn der? Was ist denn der? Nein, das war der übernächste. Der, der. Nein, der, 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 der. Und der, der war davor. Der, der. Hm. Nein. Der, der. Der. Hm. Irgendwann schaff ich das. Irgendwann schaff ich das. Quatsch. Der, der. 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 Der nicht. Nein. Den wollte ich schon. Gut, Pipi-Pause, ja. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Mach das mal. Ähm. Nein, der war es nicht. Der. Der. Warte mal. Nein. Der. Nein. Der. 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 Nein, da wird noch einer dazwischen. Der. 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 Nein! Okay, der. Nein. Der. 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 Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, ich bin ein bisschen dumm. Ich bin ein bisschen dumm und vergesse Dinge. So, die drei. Die drei weiß ich. Der war es nicht. Der war es auch nicht. Nein. Mal es dir doch auf. Das wäre eigentlich voll die Idee. Würde ich machen, ja. Wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Also, warte mal. Wir haben den. 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 Kreise und Zahlen. Ich mache jetzt 1, 2, 3, 4. Und so weiter. Okay, dann wäre das natürlich dann 0 quasi. Okay, 0, 1, 2, 3. Nein. 0, 1. 0, 1, 2, 3. Nein. 0, 1, 2, 3. Fällt es nochmal oben an. Okay, das ist dann. Ganz oben ist minus 1. Okay. Minus 1. 0, 1, 2, 3. 4. Nein. Okay, warte. Nein. Nicht doof. Minus 1. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Ah. Okay. Sonntag 18.15 Uhr Ramos Stream Der, der, der Ach Mist Okay, warte Ich muss mir das anders aufmalen Das anders aufmalen Aber wie? Wir fangen jetzt unten links an Ich fange jetzt einfach unten links an Unten links ist 1 Und dann gucken wir, wie es weitergeht Ist mir egal Da Da ist 2 Da ist 3 Da ist 4 Da war 5 1 Achso, das war zu welch richtig 2 3 4 5 Alter, verdammt Oh Gott, okay Danke für diese schöne Ah Ja Ja, ja, ja Sehr gut Der erste 2 Tage Stream Dank Minisave Ja, ganz so schlimm ist es nicht Aber Hey Verdammt Wir haben es geschafft Und sogar Ist sogar was wichtiges drin Es ist sogar was wichtiges drin Was wir hier leider nicht gebrauchen können Sondern eine Etage tiefer Ja, eine Etage tiefer Im Schließfächerraum Äh, okay Eine Etage tiefer im Schließfächerraum Ich überlege, ob ich nochmal in das Stars Büro gehe Und mir das hochwertige Schießpulver hole Das wäre vielleicht gar nicht mal gut gemacht Kyra, nicht lügen Kyra, nicht lügen Aber da ist natürlich der Licker, an dem wir nicht vorbei müssten Ich guck mal Ich guck mal, wo er grad so abhängt Ob ich in das Stars Büro gehe oder nicht Wahrscheinlich hängt er immer noch an der selben Stelle Ja, der hängt immer noch Fast genau vor der Tür Nein, 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 nein War vom Schließfächerraum nicht Kolossus? Mach mir keine Angst, Kyra Mach mir keine Angst So, wir gehen jetzt hier raus In die Eingangshalle So, und dann muss ich, glaube ich, einen runter Genau, einen runter Und auf derselben Seite wieder rein Alles klar Ah, guck mal, wer da ist Hallo Guck mal, wer da ist I can see clearly now The rain is gone Warte mal, wo muss ich denn Ah Ich muss auf die andere Seite Oh, 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 oh Ach, nee, ach, nö Nö, 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 nö Nein, hier geht's gar nicht weiter Muss ich eigentlich einmal rum? Nee, ich muss doch durchs Besprechungszimmer Und dann da wieder raus Alles klar Hallo? Nein, oh, scheiße Nein, 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 nein Nein, 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 nein War das hier? Nein Hallo? Nein, 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 nein Nein, nein Ich bin tot Nein, 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 nein Vielen Dank.